Herzlich Willkommen zum ersten Video der Reihe an die 3rd Workshops Szenarien. Wir fahren heute mit dem HST von der Abstellung in die Station. Mehr ist das nicht, das Szenario heißt an early start engine driver und spielt auf der ECML London Peterborough, das war's, mehr kann ich nicht dazu sagen. Also ein kurzes Workshops Szenario, dauert 10 Minuten oder was, aber dass man mal sieht dass das auch ganz gut ist, starten wir das hier einmal. Good morning driver, this morning you are scheduled to begin work at Bounds Green Depot. Drive the HST into London Kings Cross platform one where you will hand the train over to another driver to begin their shift. Klick close to continue. Machen wir natürlich. Dann klicken wir mal close. Wir gehen aber mit dem Bildschirm ein bisschen zurück. So. So. Gut. Wir fahren raus. Und los geht's ab nach London. Wie gesagt, ich fahre in dieser Reihe hauptsächlich Workshops Szenarien, also eigentlich nur, um euch die einmal zu zeigen. Es sind ein paar ganz gute dabei. Man muss halt immer schauen, was man da runterladen kann. Der Nachteil ist halt, du hast wirklich nur Sachen, was du auf Steam kaufen kannst, verbaut. Es geht halt nicht anders. Und ja. Es ist eigentlich schon das Einzige, was man dazu sagen kann. Aber es sind teilweise ganz gute Szenarien. Es ist jetzt relativ kurz. Das ist jetzt nur einmal, dass man sich das funktionieren praktisch noch mehr oder weniger. Und ja. Also fahren wir mal nach London hinein. Zweitwecker. Wieder einmal das Klick mit der Kamera, wie immer bei mir. So ich glaube jetzt ist das erste Video auch schon online. Das zweite folgt dann so gleich. Das heißt wir rollen einmal Richtung London. Ich habe dann nachher noch ein anderes Video, was dann das nächste Mal kommt, wo wir dann eben mit dem HSD dann auf der Strecke fahren. Dann gibt es noch eines, was ich gesehen habe mit einer, ja weiß ich jetzt nicht, was auch sehr gut ist. Also man sieht teilweise, dass die Szenarien gut gemacht sind. Teilweise. Ich habe aber auch das Ding angeklickt, also beim, ach, das Klingeln, beim Aussuchen, also beim Filter jetzt, beim Runterladen von den Workshop-Szenarien, habe ich natürlich die Besten angeklickt. Also nach Bewertung, also kommen da keine, die schlecht bewertet sind. Was ja hoffentlich einmal gut ist. Ja, 10 Minuten, kurzes Szenario. Ich hoffe es gefällt euch trotzdem. Jetzt haben wir endlich eins. Das ist Zweitwecker. Wir fahren einen 40er und wir dürfen fahren einen 60er. Das ist eine schöne Gegend. Einmal was anderes. Ich weiß, ich rede schon wieder von der Gegend. Und vom Wetter. Natürlich auch Bwetter. Klar, ne? Wie gesagt. England. Die Videos werden jetzt nicht mehr nachbearbeitet, wenn man das Auto zu Arbeit ist. Beziehungsweise ich habe das Schnittprogramm gar nicht installiert. Jetzt ist das natürlich ein bisschen blöd. Und da können wir auch noch ein bisschen Gas geben. 5 bis 12 bin ich da geworden. So, da haben wir auch frei. So, da müssen wir noch mal auf 20% rein. Geht nicht weniger. Ich habe gesagt, es ist heiß. Bremsen wir uns schon langsam runter, ist noch zu früh, ich weiß es, aber ich fahre lieber vorsichtig. Macht ja nichts. Da wird der Gleiswechsel angezeigt, da vorne, das heißt für den Gleiswechsel haben wir dann 40. Schön, da bremst schön mit der Parallelfahrt. Oh, das ist nice. Das gefällt den Andi. Auch kurze Szenarien können interessant sein. Das Gebimmel ist ein bisschen nervig beim HSD, aber ja. So, wir haben noch 1,67 Meilen und dann sind wir da. Wir ziehen dann wieder ein bisschen Harz. 60. Laut Hut kommen dann 45. Ja, da muss ich leider mit Hut fahren. Da bleiben wir aber gleich auf der Bremsen. Frische Tasten erwischt. Da bremsen wir das auf die 15. Die kann doch nicht fahren. Ja, da bremsen wir es. Ich glaube es ja gar nicht. Die kann doch nicht fahren. Da geht es anscheinend leicht bergab. Da geht es anscheinend leicht bergab. Und dann ist das Video schon wieder vorbei. Ein kurzer erster Teil. Aber auch das muss sein. Ja, wieder die frische Tasten. Dann die was magst du. Also wirklich gut gemacht. Und man sieht es mir auch. Bremsen wir es mal runter. Das ist langsam nur nicht zu viel. So. Bitteschön. Geben wir da noch ein schönes Bühnel. Gut. Das wäre schon mal das erste Szenario aus dem Workshop. Well done, you have reached your final destination. Now you can hand the train over to another driver to take it from here. Das werden wir machen. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Oder nächsten Livestream. Fiat Deich. Euer Andee.